Jo, meine Damen und Herren, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox Video, also zu einem Info-Video, der Peter winkt schon. Am Freitag gibt es einen Stream und falls ihr wissen möchtet, wie ihr heißt, dass ihr mich ätten könnt, dass wir dann miteinander spielen, ich heiße Greiber, dass ihr mich halt ätten könnt, dass wir halt da nur drauf haben wollen, mit einem Bauern-Demonsicher machen, rauben, Polizei, wie der Peter schon SEK ist, keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, wie viele in dem Truck da Platz haben, ja, das können wir gerne machen und dann, ja, sehen wir uns um halb 6 Uhr da, Und tschüss, meine Damen und Herren.